Achso, hey! Jo Leute und herzlich willkommen zu einem Bye-For-Scame mit dem Buddy! Moinsen! Und, äh, ja, wir... Denke mal... Bye-For-Scame muss ich, glaub ich, nicht erklären, ne? Nee, wir holen uns einen Käpt'n, der ist ne Special Card und dann machen wir Mannschaft zufällig und dann geht's los, Mann! Mal gucken, ich hoffe mal nicht, dass er zu teuer wird, weil ich hab's nicht geschrieben. Ja, wenn er zu teuer wird, dann müssen wir leider nochmal machen. Dann nehmen wir halt den Nächsten. Genau, okay. Aber nicht gleichzeitig. Wer macht zuerst? Ah, ja. Du machst zuerst. Okay, mach das! Okay, 3, 2, 1, go! Nein, das geht nicht! Dani Alves Team of the Year! Okay, wer ist daneben? Der Nächste ist Hamshake in Form. Okay, dann nehmen wir ihn. Und danach, äh, davor war eigentlich noch... Äh, danach war eigentlich noch Thiago Silva Team of the Year. Oh, wie viel Püsch kann man doch haben? Ja, das geht halt nicht. Okay, Dani Alves Team of the Year in Form, okay. Hamshake in Form, okay. Hamshake in Form, okay. Hamshake in Form, okay. Okay, ich warte noch ein bisschen. Ich kann ja schon mal Hamshake suchen, ne? Mach schon mal die Mannschaft. Ich such schon mal Hamshake. Okay. Ja, dann sehen wir uns gleich, wenn ich den Kerten mach. Ich such jetzt mal... Okay. Okay, ich suche jetzt meinen Käpt'n. Boah, Hamshake ist ja gar nichts. Hier, Special Card und ich suche... Es ist... Adurizis. Okay, der ist nice. Ah, okay. Aber ich muss gerade gucken, hat Hamshake noch ein 85er? Was? Ich weiß gerade gar nicht, welchen Hamshake ich gezogen habe. Äh. Ich muss gerade gucken, ob Hamshake noch ein 85er hat. Ich glaube nicht, ne? Also ich hab den 84er Adurizis gezogen. Ja, es gibt auch noch ein 85er. Ich hab den 85er gezogen. Ja, du hast du den... Wir sehen uns mal kurz nach einem kurzen Cut, weil dann guck ich mal ganz schnell nach. Bis gleich. Nachgeguckt und es war Hamshake zum 80er. Ich weiß ja, sowieso, ihr wisst es jetzt sowieso schon. Wahrscheinlich nochmal zurückgespürt oder so, keine Ahnung. Da ist auch der 85er. Äh, ich hol mir einfach ZM, weil das ist nämlich der billigste. Das sind 30.000. Sieht schon ziemlich nice aus. Ich mach zuerst Formationen, okay? Okay, mach das. Ich mach die Augen zu, du sag Stopp. Du hast Adus? Ja. Ja. 84. Sag Stopp, sag Stopp. Okay, Stopp. Oh nein. Was hast du? 4, 1, 2, 1, 2. Ist doch eigentlich schlecht. Doch, ich hasse die Formationen. Ist das mit den ZMs? Ja. Ah. Boah, die kann ich halt nicht spielen, weil ich mit Flügeln spiele. Okay, egal. Okay, das ist... Ach du. Ach du. Ach du, ich sollte auch mal machen. Okay, warte. Let's go. Stopp. Nein, keine 5. 5, 1, 2. 5, 2, 1, 2. Okay, nice. Aber da passt Hamstick eigentlich ganz gut rein. 5er Kette damit. Dann fangen wir an mit dem Keeper, oder? Wir dürfen ja nicht gleich machen. Du fängst mit dem Stürmer, nicht mit dem Keeper, okay? Gold, natürlich. Ja, okay, ganz klar. 3, 2, 1, okay. Go. Ich hab... Oh man, dann dein Kuss. Ich auch, hä? Du musst alles mit dem Stürmer anfangen. Ich hab gesagt, du fängst mit dem Tor. Ich fang mit dem Tor dann und du musst Stürmer. Okay, dann mach ich nochmal neun Stürmer. Ist schon ziemlich nice, oder? Ich wundere mich so, hä? Mann, da und da ist Stürmer. Okay, dann so jetzt mal Stürmer. Ich hab... Dumm. Ja, yeah. Oh nein. Okay, dann sehen wir uns gleich, wann wir die Spieler gekauft haben. Okay. Okay, Z2M. So sind wir auch wieder da. Innenverteidiger mach ich. 3, 2, 1. Go. Terry hab ich im Verhalten. Valeri, aber leider nicht der Hero. Yeah, you wanna be my hero. Das kommt nicht rein, ne? Doch, 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 doch. Wieso mach ich jetzt das Lied rein? Nein, Spaß. Der ist zum Glück nicht so viel wert. Also meine Coins, die sind schon noch am Start. Ich hab Terry. M, was hab ich jetzt nächste Position? Ich nehm R. ZM. Ich hab ZM. Okay, warte. ZM. 3. Warte. Okay, 3. 2. 2. 1. Los. Oh je. Racki Tijo. Ich hab auch je, das ist, das ist schon. Alter, das ist ein meisteres Team eigentlich. Okay, dann mach ich Linken-Außen-Verteidiger. Ich mach dich einfach auf die Kandidatenliste. Okay, 3. Ich kauf dich sofort. Nein, komm, mach dich auf die Kandidatenliste. Okay. 3. Warte, ich muss hier auf die Kandidatenliste melken. Nee. Das ist mein Wort. Okay, 3. Egal. Okay, M. 2. Wem muss ich machen? Warte, warte, warte. Den Kausen-Verteidiger mach ich. Dann muss ich nochmal ZM machen, aber ist ein bisschen Zeit vergangen. Nee, mach doch Stürmer. Ist doch 2, oder? Ich hab schon Stürmer, okay. Achso, dann mach doch ZDM. Ja, okay, mach ich. Okay, 3. Make ich. Warte, 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 wo ist denn ZDM? Ah, hier, okay. 3. 1, 2, 1. 1, los. Nein! Fernando! Nein! Nein, nicht euer Ernst, ne? Fernando? Nicht dein Ernst, ne? Wer ist es? Corinne. 64er Aussicht. 69 Tempo. Fernandinho, mein ich. Nee, wen hab ich? Hä, wen hab ich ge... Ich weiß nicht. Das muss man nicht können. Fernando, wie ist es denn? Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir die Spiele haben. Warte, 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 warte. Wait, 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 wait. So, ich mach dann mal mein ZDM so. Ähm, wo sind wir da? 3, 2, 1, los. Dan! Oh, ich hab'n Edelform. Wen? Ich hab'n Edelform. Ich hab'n Edelform. Ich hab'n Edelform. Und dann nehm'n Edelform. Ich hab'n Edelform. Ich hab'n Edelform. Ich hab'n Edelform. 3, 2, 1, los. Edelform. Ein Silber-Inform. Warnr-in. 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 Aber das ist eigentlich ganz gut. Warnr-in kommt ins Team. Da gibt's nur ein. Warnr-in. 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 Oh, jetzt bin ich kurz ins Team gekommen. So. Aber weißt du was ich mach? Wenn der richtig teuer schon einschluckt. Ist nice. Okay, dann mach ich jetzt. Jetzt gibt's einen für 46,50. Aber der wär noch top vier teurer. Ich mach jetzt den in-verteidiger. Bist du ready? Ich muss auch noch einen Innenverteidiger machen, also ich mach den zum 3, 2, 1, los. Koke, nice. Doria. Komm, lass gleich auf mich ballern, ich mach gleich den mit Stürmer. Ja, genau, lass es durchmachen. Stürmer. Wir machen die ganze Nacht durch. 3, 2, 1, go. Jerome Impfer, äh, Jerome. Jerome Borting. Ich mach jetzt den Innenverteidiger. Ich hab Linkenverteidiger, Alaba komm schon. Oh, was hab ich denn für schlechte? Ich hab davor so viel Glück gehabt. Okay, jetzt mach ich Innenverteidiger. Ja, ich mach schon den nächsten, ich mach jetzt Innenverteidiger. Da bin ich, mach Torwart. Okay, dann mach ich Torwart. 3, 2, 1, go. Oh, mein, das war ganz gut oder so. Boah, das Team war gut am Anfang, jetzt ist es scheiße. Meins auch. Ich mach noch den letzten Stürmer, dann bin ich auch durch. Ich mach Innenverteidiger. 3, 2, 1, go. Nein, nein, ist aus. Tschüss, tschüss, tagt ihr noch. Warum? Ich hab Woitschek, 52er. Fehl. Woitschek. Ich hab gedacht, du hast irgendwie so einen richtig guten, so Sergio Ramas Team of the Year. So einen, den du dir halt nicht leisten kannst. Woitschek. Alter. Okay, das Beispiel Sky hat so 60k gekostet. Ich würd sagen, wir sehen uns wieder, wenn unser Team fertig ist. Auf gleich. Boah! Das ist unser Team. Ist nicht allzu gut, aber zwei Informs bei mir, bei dir auch, oder? Ne, drei. Bei dir? Hallo? Wie viel? Zwei! Ja, okay. Ich muss so schreien, weil ich eben gerade so geschriebe. Ja, dann laden wir uns gegenseitig. Jo, und dann sehen wir uns gleich beim Game gegeneinander. Wird auf jeden Fall nice. Bis gleich. Gebäude. Auch beim Spiel. Jonas hat jetzt die Aufnahme beendet. Alles aus meiner Sicht, meine Freunde. Und wir sehen uns gleich Jonas Team nochmal. Also ganz jetzt. Beziehungsweise ich. Oh, das sieht. Ah, ne, stimmt. Eine Fünferkette, aber. Terry. Du hast ja, ich sag, du hast ja kein einziges Silber. Ja, ich hatte da richtig Lack gehabt, aber okay. Mal schauen, wie es ausgeht. Wird auf jeden Fall nice. Wenn es euch gefällt. Wenn es euch gefällt, lasst gerne einen Daumen hoch da. Bring me to land! Vielleicht nehmen wir gleich meine zweite Folge auf vom Duel by for Sky. Und dann kommt es raus. Wie raus? Das Tor. Das kannst du auch rausgeschnitten werden. Ja, aber du musst ja nicht so weit reinmachen. Ja, genau. Aber das ist der Silber in Form. Guck dir mal diesen Tor des Jahres. Tor des Jahres mal vor. Vor des Jahres. Krieg ich alle Coins. Krieg ich von 2019. Alle Coins. Äh. Ich bin da. Wo ist sie? 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 Jetzt zeig dir die. Die Eggel, die Eggel, die Bagel. Ahaha. Wo ist sie? Ich hab die jetzt wieder umgedrückt. Enden. Das war's. Das war's mit dem by for Sky. Duel by for Sky. Wenn's euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ich würd sagen, die nächste Folge kommt bald. Bis dann und ciao.